Hallo, mein Name ist Mare Fromm und ich bin die Initiatorin des Wege des Herzens Festivals. Gemeinsam mit über 30 Referenten freue ich mich total darauf, dass es am 31. Mai 2023 endlich im Tagungszentrum Blaubräum losgeht. Fünf Tage, in denen du ganz individuell für dich verschiedene Dinge kennenlernen darfst, die dich unterstützen können, deinen Weg des Herzens zu finden, ihn weiterzugehen, in Freude und Leichtigkeit zu kommen und ja einfach damit, für mich ist das ein Friedensbeitrag, wenn wir Menschen glücklich sind, weil dann brauchen wir auch nicht mehr kämpfen und das ist glaube ich mit das größte Anliegen dieses Festivals in Frieden zu kommen mit dir und damit auch mit anderen und Freude am Leben zu haben, in deine Superkraft zu kommen, die dir so viel möglich macht. Es ist so ein großes Angebot, weil wir Menschen so wahnsinnig individuell sind und ich selber das auf meinem Weg feststellen durfte, dass es so viele tolle Möglichkeiten gibt, die mir geholfen haben, mich unterstützt haben, dahin zu kommen, wo ich heute bin und selbst ich kann natürlich nicht alle Ausbildungen machen und ich finde es hervorragend, dass es so viele Menschen gibt, die all dies können oder andere Dinge können als die, die ich sie kann und damit dir ein richtig tolles Angebot machen können. Beim Wege des Herzens Festivals geht es nicht nur darum zu lernen, ja, sondern es geht darum, Verbindung zu spüren zu dir und auch zu anderen in Liebe und in Freundschaft leben und Freude haben und deswegen ist es auch so eine tolle Mischung aus Workshops, Musik, Konzerten, aus Kabarett, aus Meditation, aus Yoga, aus Spaziergängen. Das, was du für dich in den fünf Tagen einfach für dich brauchst, nutze es für dich und genieße dann den Austausch mit den Menschen, lerne sie kennen und spüre, was es mit dir macht. Ich weiß vom letzten Mal, dass es einfach so eine tiefe Verbindung zwischen den Menschen geschaffen hat und es so intensiv wundervolle Tage waren, dass ich jedem anderen Menschen gönnen möchte oder gönnen hört sich vielleicht ein bisschen doof an, sondern was jeder andere Mensch erleben darf, der das möchte und deswegen mag ich dich einfach einladen und motivieren, dir ein Ticket zu kaufen, um diese wundervollen Herzbegegnung und tiefen Emotionen auch zu erleben und zu teilen. Also zögere nicht länger, sondern kauf dir ein Ticket. Wir sind im Endspurt. Alles Liebe!